Dad? Ja? Wieso sind wir hier rausgezogen? Wir haben ein schönes Haus, Reitwege. Was kann man sich noch wünschen? Mir fehlt Mom. Mir auch. Sollen wir uns etwa zum Gespött machen lassen? Du musst hinfahren und da rumspuken. Treib deine Psychospielchen mit ihnen. Naja, was du sonst auch abziehst. Die sollen Schiss bekommen. Ihre Tür ist offen. Ich wollte mal Hallo sagen. Daddy ist ein Undercover-Kopf. Nett Sie kennenzulernen, Agent Broker. Ich wär lieber vorsichtig, Broker. Die Menschen hier sind ziemlich nachtragend. Hey, Sportsfreund, könnten Sie die Zapfsäule freimachen? Bin fast soweit. Egal was Sie denken, überdenken Sie es. Eine besonders große Fangemeinde haben Sie hier jedenfalls noch nicht. Ich will keinen Stress mehr haben. Sagen Sie Ihrer Tochter, dass sie keine Angst haben muss, wenn sie so einen toughen Daddy hat. Sein Spitzname ist Gator. Weiß nicht warum. Was man so hört, hat der Kerl am Nestler bohrt. Ich will nicht, dass sich dieser drogenfahnder Broker in meiner Stadt einnestet. Der Kerl muss weg. Happy Birthday to you! Happy Birthday dear Maddie! Maddie! Das war's! Happy Birthday! Happy Birthday! Lass mich los! Let me los! Let me los! Untertitelung des ZDF, 2020